Die Simpsons sind eine Zeichentrick-Serie, die 1991 das erste Mal auf Premiere, also Sky, gezeigt wurde. Inzwischen mit über 714 Folgen in 33 Staffeln sowie einem Kinofilm. Die ersten drei Staffeln wurden vom CDF gezeigt, danach wurde die Serie von ProSieben übernommen, wo sie bis heute heimisch ist. Es geht um Homer Simpson, der mit seiner Familie in Springfield lebt. Die Serie parodiert verschiedene Aspekte des amerikanischen Alltagslebens. Homer arbeitet im örtlichen Kernkraftwerk mehr schlechter als rechts, seine Frau in gute Seele, Mad schmeißt den Haushalt, ihr Kind bat, geht in die Grundschule und baut ständig Mist und ihre Tochter ebenfalls als Streberin und Aktivistin und eben das genaue Gegenteil. Ich habe, shame on me, die Simpsons nie so verfolgt, da ich sie nicht bissig genug fand. Die alten Folgen haben aber einen unabstreitbaren Charme. Dass die Sprecher jetzt aber auch schon so oft wechseln mussten, ist genauso schade wie die sinkende Qualität der Serie. 7 von 10 Punkten. Nein!